Psychische Erkrankungen sind in meiner Branche, also in der Werbe- und Medienbranche, sehr wohl ein Thema. Es wird nur wahrscheinlich nie als psychische Erkrankung benannt werden. Also ich persönlich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren selbstständig und ich bin mir des Drucks sehr bewusst. Ich kann es mir jetzt persönlich einteilen, wie ich das tue. Zum Beispiel nach dem Essen fühle ich mich oft recht müde und dann lege ich mich hin. Das sind so Dinge, die wahrscheinlich in großen Konzernen, Firmen, Unternehmen eher nicht so gern gesehen werden, die aber einfach meine Produktivität enorm steigern. Ich erwarte mir von diesem Projekt, dass über das Thema geredet wird, deswegen sitze ich auch hier, dass es enttabuisiert wird und dass es auch den Unternehmen einfach bewusst wird, dass die Menschen nicht gänzenlos belastbar sind. Musik 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 Musik